Hidden in Plain Sight heißt dieses Spiel aus dem großen GameTube vs. Marathon. Dafür gäbe jetzt schon die erste Gesichtsbalme. Das ist irgendwie ein Verstecksti-Findi-Spiel. Ich hab's noch nie gespielt. Kennt das einer von euch? Wir spielen das glaube ich jetzt einfach mal. Du musst drücken, du bist die Nummer 1. Ich bin die Nummer 1. Nummer 1 sind seit Jahren meine Nummer 2. Also wir haben verschiedene Möglichkeiten. An Modi, Ninja Party. Ich weiß nicht, wir sollen einfach mal alle durchprobieren. Ich glaube, ich muss mal mein Handy Flugmodus schalten. Nicht, dass ihr irgendwie so Störgeräusche drauf habt. Fritz muss ein Möbelhaus eröffnen. Galaktische Angebote bei Graptas Hammer. Was für Sonderangebote. So, Ninja Party. Genug Quatsch jetzt hier, ab jetzt ernst. Ninja Party. Ich bin drin. Ich bin auch. Ach, wir sind alle der Gleiche. Jaja. Also pass auf. Also man muss erstmal rausfinden, wer man selbst ist. Genau. Man muss andere Spieler töten mit A oder man muss eben alle Figuren anfassen, die da sind. Und mit Y kann man eine Rauchbombe schmeißen. Genau. Was bringt das? Naja, dann sieht jemand nicht, wenn du dich woanders hin positionierst auf einmal. Achso. Ja, okay. Dann los. Hat sie schon wie weit gefunden? Also ich habe ihn noch nicht gefunden. Oh, jetzt habe ich nicht gefunden. Das war Michi, der Daniel erwischt hat, oder? Ja. Das ist ja geil, dass er wie hier bei Batman Begins, wo dann in diesem, bei Ra's Al Ghul in diesem, diesem Dojo ist, wo dann auch unter den ganzen Ninjas einer ist. Wieso bin ich jetzt raus? Nee, oder? Nee, nee, das ist die nächste Runde quasi. Ah, ja geil. Weil auch immer einer... Wie kann man denn die anpacken, ohne dass man... Dass man auffällt. Achso, Mann. Ich bin dann aber nicht mehr am Leben, oder? Also wenn ich tot bin, dann komme ich nicht mehr rein. Oder doch? Scheiße. Nein! Ist das ein cooles Spiel! Da hat Fritz mich erwischt. Das Geile ist am Anfang, sich erstmal zu finden. Welche von den Spielfiguren ist man? Oh, ja! Daniel, du lebst noch, oder? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Ich bin ja die einzige Leiche, die rumliegt. Also ich liege da. Und ich dachte es mir noch, das ist ein cooles Spiel. Läutet die Glocke nur, wenn ein Spieler da durchmarschiert? Ja, oder? Wo durchmarschiert? Durch eine Statue durchmarschiert. Läutet nur, wenn ein Spieler durchmarschiert. Jaja. Achso, es reicht, wenn man die berührt, die Statue. Man muss da gar nicht draufhauen. Jaja, genau. Okay. Hör, hat jetzt einer alle fünf? Ja. Oh, krass. Okay. Auf wie viel gewonnen geht es denn? Keine Ahnung. Ich wette, als Zuschauer schneidet man überhaupt nicht, was da abgeht. Gibt bestimmt so Eye-Tracker, die unsere Augen scannen und dann sehen wir, die sehen die Zuschauer genau, wo wir hingucken. Wobei das ist ja auch ein bisschen wie bei Screensheet. Ah, fuck, hast du mich erwischt noch. Ah, unten in der Ecke. Wenn du mal dein Muster raus hast oder so, dass du ja eher schaust, ob dir andere auffallen. Oder hast du jetzt auch alle fünf schon abgelaufen? Ja. What the fuck? Wer ist, du bist Player three oder, oder? Ich bin, glaube ich, Player zwei. Du bist Player one. Okay. Nee. Nee, nee, das war ja nicht, ähm ... Oh, fuck. Jetzt bleib mal hier. Bleib mal hier. Bleib mal hier. Erwin! 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 Erwischt! Ja! Ah, Mann! So knapp. Auf wie viel gewonnen geht's denn? Keine Ahnung. Habt ihr gecheckt, wie die, ähm ... wie die KI sich so bewegt? Sie kann sich theoretisch, äh ... also sie kann eigentlich alles so machen. An Bewegungen. Oh. Oh, wir waren das alles. Oh, shit! Wer hat das gewonnen? Ich glaube, ich war das. Stimmt. Die Reihenfolge ist auch durcheinander. Haben wir auf fünf gewonnen, ne? Oder wie? Oder wie? Nein! Ich dachte, ich muss hier den Weg abschneiden. Wusstest du, wer ich war? Ja. Mach mal fünf gewonnene, oder? Okay. Ja, irgendwann muss ja vorbei sein. Haben wir irgendwas eingestellt? Weiß ich nicht. Kann sein, dass es vielleicht auf acht ist, oder so? Das ist ja ganz schön viel dann. Au, Mann, ich wollte doch grad ... Nein! Ja, Bill Kill! Ja, Bill Kill! Ja, Bill Kill! Ja, Success. Ja, reicht, oder? Ja, mit der Runde. Haben wir einen anderen Modus. Ja. Das ist ja cool. Warte mal ganz kurz. Gehen wir noch mal kurz auf Ninja Party. Warte mal, lassen wir kurz wegen den Options schauen. Ground Timer. NPC Count. Es steht nirgendwo so und so viele gewonnene Reichen, oder? Best of Seven, oder was? Nee. Gab's das nicht noch irgendwo vielleicht in den Einstellungen? Gehen wir auf Play und dann hier. Nee, da geht's nur Go, ne? Catcher Thief. Find Yourselves. Collect Coins. Don't get shot. Snipers. Discovering True Thieves. Use White Tim Martinez. Und das heißt, da ist er jetzt asynchron. Da jagen wir quasi. Machen wir das. Die Frage ist, ob wir das jetzt noch in der Folge machen, weil das ist ja auch ein anderer Modus. Dann schauen wir uns das eher in der nächsten Folge an. Bis dann. Ciao. Ciao.